Willkommen zu dem Weizkampf von Let's Play Sonic Mania. Heute sind wir in der Stardust Speedway Zone, was gar nicht in der Stardust wirkt. Es wirkt wirklich nicht so wie Stardust, wie ich es kenne. Ja. Okay, das Vieh geht mir auf den Nerv. Oh, ich bin jetzt für immer los. Na gut, damit los wäre es nicht. Und, wo ist der erste Special Wing? Ah, die haben auch ein Element aus den Sediments genommen. Die Kapsel. Auch nicht schlecht. Ich muss sagen, das macht Laune. So. Ich bin vor oben. Jetzt auch mit uns. Komm. Na. Na. So. Dann wollen wir mal hier durch. Nein. Boah. Dann mal rüber. Das hält man jetzt doch aus Sonic 3 wieder. Ja. Ich finde es echt immer noch genial, wie die es hier machen. Echt. Awesome. Und ähm. Ich weiß zwar, die haben dazu glaube ich auch einen Trailer auskauen damals zu Stardust Speedway. Aber ich habe die mir glaube ich nicht gegönnt, weil es einfach nicht Spoiler war. Dicker, fetter Spoiler. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch, ja. Ja, gesehen. Genau wie den Rest. Auch Lime Battle hast du gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe es ja als SXSW Panera gesehen. Ok. Da. Durch. Äh. Wie weiter. Da dann, oder? Mal gucken ob ich das so ausscheuert. Ja. nochmal und das so was macht das jetzt hat da irgendwas ausgelöst ich weiß es doch los schieß ist hier irgendwo ein Special Stage Ring? irgendeiner? ja wie kann man die töten? ich denke dass man die Pflanzen auch umlegen kann aber ich habe echt keine Ahnung wie so so und 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 es kommt zum Boss oh mein Gott so den haben wir erledigt komm her komm her komm her komm her kommst du mal her man der ist down der ist down und das war Act One von Stunner Speedwrestle was kommt jetzt? was kommt jetzt? mein Gott wer auch immer die Idee hatte das uns Media nochmal einzusetzen Respekt dafür ganz ehrlich ihr seid echt die Bombe die Musik der zur richtigen Begrat genau so spiele ich doch gerne so ab let's go ich merke dass ich keine Ringe mehr habe ich werde sterben außer ich finde mal einen neuen oder den Tod den Tod kann ich auch suchen ne? der hat mich ja nicht gefunden deswegen hat er mich umgebracht ich weiß gerade nicht ich nehme was ich wieder rede hier für Müll und Attacke oh Gott mein Gott ist das fest ach du heilige Scheiße ist das geil ich bin dafür oben lang zu gehen komm machen wir mal hier bisschen wo Speedhares raschen hier auch noch eins Sonic Rush ne was soll ich gerade sagen Sonic Rush Objekte benutzen interessant die machen alles richtig hier denn das Element kann ja auch Sonic Rush wer von euch hat Sonic Rush gespielt hat oder die Reihe schreibt es in die Kommentare Alter ist das episch ich bin so hart geflasht und hab hepp das Vietamorn wird schwer ich weiß nicht wird schwer Ich bin oben Oh mein Gott Bin ich schnell Ja, ja So Das Vieh wollte mich Nur leider Hatte ich nicht die Chance gegeben dazu Ich bin hier lang Ich nehme den letzten Gang Ich zerstöre das mal Oh Gott Kacke Hallo Ich habe den Kampflegem Mein Gott Da 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 Du wirst doch dran Oh mein Gott Der versucht jetzt Einer hat sie mich umzubringen. Oh mein Gott! So. So. Attacke! Mein Gott! Ich habe ihr den Boss Kampf genommen. Irgendwie habe ich gar nichts mehr. Das ist so schön. Let's go. Hump it up. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe, der will mich wirklich, der will mich ganz gerne hier, doch den gefallen tue ich dir nicht, nimm deine Ringe doch klein, what the hell, what's going on with you? So. Ah. Ich hab's kapiert. Komm her. Ich stelle das Ding da nur so nicht da, zu attackieren. So. Komm her. Ich muss dazu kriegen, der mich alackiert, komm. Ich heiße klar, wie er geht, aber ich muss den so nach zurück kriegen, der mich... Danke. Mann, wie soll ich denn da reinfeuern? Weil noch killen bringt mir nix. Hm. Wie macht man das am geschicktesten? So. Mein Gott. Let's go. Yes. Komm her. Ich hab dich kapiert. Dit warst. Komm her,. Komm. Ich hab dich nicht verbe indiciert. Ich hab dich gerade Không mehr, ja, komm her. Äh Fast Nochmal, komm Komm her Ich kenne jetzt zu, dass er mich angreift, richtig Komm her Komm Äh, komm her Mein Gott, der Der hat mich jetzt nicht abgegangen, der Buster, dann hätte ich es geschafft Der Rhythmus macht mir zu schaffen Aber jetzt kann ich ihn kriegen Mein Gott Ich kenne ihn Ich kenne ihn So So Jetzt nix, ich krieg der ne Wenn ich weiß, was der macht Was der macht Fast Komm Ich darf ihn jetzt zum springen zwingen, damit habe ich keine Chance Na, wenn er springt, bringt es mir nix Wieso springt der? Soll der rennen? Irgendwie macht er nie was ich will Der will aus dem Sprung angreifen Na gut Ja, jetzt nicht mehr Oder was, was willst du? Ich weiß nicht, was der will Das ist irgendwie Du Ja, jetzt nicht mehr Nein Du Ja, jetzt ist er Jonas Mach uns So, komm her Fast Ich muss ihn von unten erwischen Wenn überhaupt Yes Endlich ist der Boss Der Boss ist down So Nein, noch lange nicht Der scheint noch zu leben Doch, wie lange geht das noch? So Komm Der oben ist der Turm Langsam regt es mich auf Komm Ist noch nie vorbei So Attacke Yes Yes Skimbin Komm Wo bist du? Dich kriegen wir Platz Jetzt machen wir dich alle Komm Komm Der muss langsam mal down sein, oder? Na komm Und weg hier Und weg hier Yes Yes Pass down Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft, Mann Endlich Es ist vorbei Oh mein Gott Das war auf jeden Fall Star Wars Speedway Zone Und was kommt jetzt Wir retten uns auf einer Plattform Obwohl ich mich selber noch mal retten müsste Wenn ich jetzt den Part wieder beginne In den nächsten Also, ja Kommentar nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Bis dahin Und Immer mit Kontroll